Mittwoch 18 Uhr 33 am Bahnhof Friedberg. Einige Fans erwarten Elvis Presley, der hier in seine Garnison einziehen wird. Aber ein Mecker der Teenagers, wie man es nachher vielfach lesen konnte, war Friedberg noch lange nicht. Wer von der Arbeit kam, war müde und ging nach Hause. Die größte Ausdauer hatten die Reporter. Nur diese drei Mädchen standen zur rechten Zeit am rechten Ort, denn der Zug kam nicht am Bahnhof, sondern auf dem Anschlussgleis der Kaserne an. Und hier der Rock'n'Roller Elvis. Man nennt ihn einen König, um den es aber hier viel ruhiger war als anderswo. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020